Die Interliving Küche Serie 3040 bietet alle Details, auf die anspruchsvolle Küche Wert legen. Optisch begeistert die elegante Frontkombination aus Zementoptik Saphirgrau und dem aktuellen Holzfarbton Eiche Nero Nachbildung. Die Interliving Küche Serie 3040 erhalten Sie in zahlreichen Frontfarben und Ausstattungsvarianten. Die Interliving Küchenprofis stehen Ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Die exklusive Einbauspüle und die Armatur in edlem Schwarz begeistern durch hervorragende Materialien und puristisches Design. Neben den innenseitigen Schränken verfügt die Insel mit der exklusiven Spüle über zusätzliche außenliegende Türenelemente. Die Nischenverkleidung in passender Frontfarbe wirkt sehr harmonisch und eignet sich ideal als Stellplatz für Küchenmaschine oder Wasserkocher. Offene Regalboards setzen dekorative Akzente und sorgen für eine moderne Optik. Leicht erreichbarer Stauraum findet sich im Hochschrank-Element und in zahlreichen weiteren Auszügen und Türen in den Unterschränken der Kochzeile. Geräumige Auszüge in den Unterschränken garantieren beste Erreichbarkeit und Ordnung. Dank Soft-Einzug schließen sie leichtgängig und lautlos. Das Türelement in der Optik einer Küchenfront verbirgt dezent den Durchgang zum Hauswirtschaftsraum. Die Interliving Küche Serie 3040 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle fünf Jahre Herstellergarantie. Interliving – Küche für mich gemacht.